Wie habe ich das gewusst, Alter? Wie habe ich das gewusst? Okay, alles klar. Kein Problem. Ich habe gerade gesehen, ich habe gerade gesehen, ich habe noch ein Reich-Pack. Was ist da drin? Happy Birthday, ne? Ich habe ja auch noch ein Krüger-Pack. Die AK und die Sniper ist hier drin. Noch ein LMG, ne? Ja... Ja, voll gut, danke. Böööö... Ja, was willst du denn jetzt spielen? Snipen oder was? Ich habe Sturmgewehr und Sniper mit. 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 Ich bin jetzt anderthalb mal rum. Ich bin jetzt auch schon einmal rum. Da war ich vorher. Da bin ich gespawnt. Hä? Ich auch. Ach so. Ne, ich bin in dem Häuschen gespawnt oben. Ich bin in dem Häuschen gespawnt. Was ist los? Scheiße. 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 Ich kam nicht rein. Schönen Weitschuss. Schönen Weitschuss. Ich kriege. Das ist natürlich eine Kunst, ne? Schönen Weitschuss. Scheiße. Du hast gesagt, ich bin da immer noch, oder was? Ja. 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 Das auch noch. Na ja, wenn du da gesponnt bist. Wie er da zugeht. Ja, wenn du da gesponnt bist. Ja, wenn du da gesponnt bist. Ja, wenn du da gesponnt bist. Jetzt bin ich doch einmal zurückgelaufen. Ja, wenn du da gesponnt bist. Ja, wenn du da gesponnt bist. Ja, wenn du da gesponnt bist. Deswegen habe ich da gelegen. Erst dachte ich, das wäre eine Leiche. Und dann schoss man an. Hä? Du hast ihn doch noch gar nicht erschossen, Alter. Hat auch nichts. Kein Name, nichts. Zeigt es nichts an. Nur die Figur. Ich meine, ist gut so. Eigentlich kein Name über dem Spieler. Ja, ja. Die Drohne steht bereit. Ja, ja. Das war's. Das macht er da hinten. Spiel ordentlich. Spiel ordentlich. Spiel ordentlich. Ich hab nen Hearthstone, Alter. Nee! Hey! So, ich darf schon gegenwürgen. Ich gehe gleich auf. Die Maps sind zu klein. Du hast ja bloß links, rechts und Mitte. Mehr hast du ja hier. Macht schon keinen Spaß mehr. Dazu, dass es nur ein PS Plus ist. Ich war sowieso rund auf 2 HP. Wie hast du das gesehen? Wie siehst du das? Hau deinen Hellstone raus. Nö, ich hau dir gar nichts raus. Ich stehe hinter dir oben am Fenster. Hättest mich noch killen können. Nö, hat nicht mehr gereicht. Ich habe gerade angelegt. So, so. Hat er dasselbe wie dir drauf geästert? Ja. Ist das beste in dem Teil. Bei den Verbesserungen bestand nie eine Chance.